Hi Tem, meine lieben Freunde und herzlich willkommen wieder. Das ist von BigWebTV. Die liebe Luna ist mit am Stock. So, erstmal, warum es jetzt schon so schnell gehen musste und warum davor keine Videos kamen, werde ich jetzt erstmal gleich schnell erläutern. Und zwar war es so, also den Tag, den Freitag war das glaube ich, Freitag, musste ich noch schnell zur Polizei was klären. Dann, was das genau ist, das kann ich jetzt noch nicht sagen, das möchte ich auch noch nicht sagen. Das werde ich irgendwann mal, wenn alles soweit in Sack und Tüten ist, erzählen. Und ja, also nichts Schlimmes, also nichts für mich und also es heißt nicht schlimm, also es ist nichts Größeres passiert, sag mal so, also es ist niemanden zu Schaden gekommen und, und, und. Trotzdem ist es dann doch eine Geschichte, die nicht so schön ist, aber das erkläre ich euch alles mal am anderen Mal, wenn alles, wie gesagt, in Sack und Tüten ist. Und ansonsten, ja, war das gestern, wir waren ja gestern wieder unterwegs und da ist immer die Zeit knapp und weil wir gestern zu den Wahlen waren, es war alles ganz anders geplant, also vorgestern war auch, da hatte ich, also war auch noch so, wir haben zur Zeit, ich habe einfach viel um die Ohren gehabt, aber, und gestern war es ja so, da wurde es immer knapper, wir haben hier über eine Stunde in diesem Wahllokal gestanden, so war ja gar nicht der Plan. Das sollte ja alles ganz anders aufgelaufen sein, also für mich Wahlen habe ich so eine halbe Stunde gerecht, dann das und dann, aber, wie ihr gemerkt habt, ging in die Hose sägen, habe ich dann ein schnelles, kurzes Video gemacht, wie ihr gemerkt habt, wer es noch nicht gesehen hat, schaut mal hier oben rein und ansonsten, ja, wie geht es jetzt weiter? Es ist jetzt so, mir macht es mega, mega Spaß und total mega Spaß, diese Videos zu machen und auch jeden Tag am liebsten Video machen, aber man hat eben halt auch nicht jeden Tag irgendwas raus. Ich habe das diesen Monat versucht, wir haben jetzt noch was vor uns, ich denke auch, es wird soweit bleiben mit jedem Tag oder zumindest den zweiten Tag, so wie ich halt auch was Schönes finde für euch, was mir Spaß macht, was euch Spaß macht, es nutzt mir ja nichts, irgendwas zu nehmen, irgendwas runterzulabern, was dann keinen Spaß macht. Aber, ihr wisst Bescheid, es wird also wöchentlich mindestens zwei, drei Videos definitiv weiterkommen, wenn nicht sogar täglich, aber dann muss ich halt gucken, wie es ist und auch wie es von der Zeit her machbar ist. Ja, das wollte ich erst mal mit erzählen, aber ist auch, denke ich mal, verständlich und nicht schlimm, also es pendelt sich auch erstmal, wie gesagt, wenn wir alles ein, ich wollte es diesen Monat versuchen mit jedem Tag, ich mache euch auch jeden Tag gerne ein Video, das macht mir echt Bock, das ist ja das Geile, mir macht es Bock, aber ich brauche halt auch irgendwas, was zu berichten ist, was Spaß macht zu berichten oder irgendwas dazu haben, was Spaß macht. Aber, wie gesagt, ihr dürft auch gerne mal mit auf Instagram mich folgen, das ist big-wave-tv, da sind auch immer geile Bilder mit dabei, also da bin ich auch sehr aktiv und ansonsten, wo wir jetzt noch mit diesem Thema hinkommen, das wollte ich schnell loswerden, bevor es losgeht, kommen wir aber jetzt noch zu kleinen Video- und Filmausschnitten wieder vom Wochenende, was wir da Schönes gemacht haben, das seht ihr genau jetzt. Musik 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 Untertitelung. BR 2018 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 Untertitelung. BR 2018